Hallo liebe Gemeinde und willkommen zu einem der spannendsten Kapitel aus den Quenta Silmarillion, nämlich vom Verderben Beleriands und von Fingolfins Ende von J.R.R. Tolkien. Aus dem Stoff dieser paar Seiten könnte man ohne Übertreibung eine Netflix-Serie von sieben Staffeln machen. Wir fassen wie gewohnt in einigen Minuten zusammen. Los geht's mit Fingolfin. Ja, ich bin ja König des Nordens, das steht wirklich so im Buch, und hoher König der Noldor. Und mit strategischem Weitblick sage ich jetzt mal, wir sind stark wie nie, wir sollten Morgoth in Angband nochmal angreifen, bevor der wieder voll aufgerüstet hat. Aber die meisten Noldor, vor allem Feanor's Söhne, so, ach nee, es ist doch alles gut so, wie es ist, kein Stressmann. Und er so, es dauert noch kurz, mittlerweile schreiben wir das Jahr 450 nach Fingolfins Ankunft in Mittelerde. Und Morgoth so, ja, danke fürs Warten, liebe Elben, ich wäre dann soweit. Und er beginnt die Dagor Braggolach, die Schlacht des jähen Feuers, die vierte in den Kriegen von Beleriand. Morgoth schickt jetzt Ströme von Feuer, angeführt von Glaurung dem Goldenen, dem Urologen, also Urologi, dem Vater der Drachen, Feuerdrache. Jetzt voll ausgewachsen, gefolgt von Balrocks und Heeren von Orks, die den Belagerungsring um Angband einfach mal wegwischen und wahnsinnig viele Elben und Menschen erschlagen. Unter den Opfern sind zum Beispiel Finafins Söhne Angroth und Aignor. Aua! König Finrod wird am Sirion umzingelt, aber Barahir aus dem Hause Beor schlägt sich zu ihm durch und kann ihn retten und er sagt, danke, Freunde forever, hier hast du meinen Ring. Und nachdem Barahirs Bruder auch tot ist, ist er jetzt der Fürst seines Hauses Beor. Ja? Hador Goldscheitel, wir hatten ihn vorhin erwähnt, ist wahrscheinlich gerade beim Frisieren. Er fällt jedenfalls vor Aethel Sirion, kann aber verhindern, dass Hyslum im Westen erobert wird. Im Osten bei Feanors Söhnen sieht's übel aus. Kelegorm und Korofin fliehen einfach Baaah! Maidros ist der Einzige, vor dem die Orks richtig Angst haben, kommt nur her. Nach der Marta auf dem Thangorodrim habe ich noch eine Rechnung offen. Grrrr und die Orks so Baaah! Nun hört König Fingolfin von einer Niederlage nach der anderen. Wer alles gefallen ist und was alles verloren wurde, tja, dann sind wir jetzt wohl dran. Sattelt mein Pferd und auf zum letzten Gefecht. Und wahnsinnig vor Zorn, sodass niemand es wagt, ihn aufzuhalten, reitet er bis vor die Tore von Thangorodrim und brüllt, Morgoth, komm raus, du Feigling, du Sklavenkönig. Und Morgoth sagt, boah, immer diese Helden. Und er so, feige Sau, jaha, ich komm ja schon, Nervensäge. Sag Hallo zu Grond, dem Unterwelthammer. Und bang, schlägt er immer nach ihm. Aber der Fingolfin ist schnell, ja, und weicht ihm so Yoda-Style aus. Und Pieks sticht er ihn jedes Mal siebenmal. Aua, hör auf, du Mistvieh! Und der haut ihm den Schild kaputt, kann man bei uns schon gar nicht mehr sehen, so kaputt ist er. Fingol stolpert in einer der Hammerdellen, die im Boden sind, sticht ihm aber ein letztes Mal in den Fuß. Aua, jetzt ist aber Schluss, stirb endlich, Aua! Er ist tot. Na endlich, frisches Wolfsfutter. Da kommt unfairerweise der Adlerkönig Thorondor und hackt ihm noch das Gesicht kaputt irgendwie. Aua! Und dann schnappt er sich den Leichnam und transportiert den einfach weg. Und er so, boah, ich hasse Elben und jetzt bin ich auch noch vernarbt und hinke. Schluftok, schluftok. Thorondor erzählt allen von Fingolfin's Ende, sein Nachfolger wird Fingon. Und der Morgoth sagt, immerhin habe ich jetzt die Kontrolle über den kompletten Norden von Beleriand. Den kompletten Norden? Nicht ganz. Barra hier, wir hatten es gerade von ihm, nistet sich mit seinen Männern in Dorthonion ein. Wir machen hier Guerilla-Widerstand, auch wenn wir am Ende nur noch zwölf Leute sind, darunter auch mein Sohn Bernd, stay tuned, von dem werden wir noch hören. Wir sind immer auf der Flucht, aber unsere Häuser sind zerstört, unsere Familien sind tot, deswegen sind wir zu allem entschlossen und machen richtig Ärger. Außerdem verteidigen die Noldor auch noch lange Zeit den Pass über die Sirion-Quellen, aber dann kommt Morgoths Geheimwaffe, sein begabtes Tardiner mit dem schönen Namen Sauron. Ja, wir erobern jetzt erstmal dieses Minas Tirith, so heißt der Wachturm hier, und dann mache ich eine kleine Wehrwolf-Zucht hier auf der Insel auf und keiner kommt mehr durch. Übrigens habe ich auch noch dieses kleine Austauschprogramm ins Leben gerufen. Wir entführen Noldor, die wir in die Finger kriegen, nach Angband, quälen sie, so lange bis sie umgedreht sind, hier Homeland, und dann lassen wir sie wieder frei. Und wissen sie was? Wenn sie dann zu ihren Leuten kommen, haben die voll Angst vor ihnen, zu Recht. Menschen hingegen, hallo ihr Menschen, ihr seid unsere Freunde, Freunde des dunklen Königs, wir befreien euch von der Unterdrückung der Elben. Aber die Edein sagen, pfui, Lügner, das kannst du uns nicht erzählen. Zu dieser Zeit kommen auch die sogenannten Dunkelmenschen nach Beleriand, die hat man bisher nicht gesehen. Und der Maedros so, hier, ganz egal, wer ihr seid und woher ihr kommt, solange ihr uns helft, gegen Morgoth zu kämpfen, dann seid ihr unsere Freunde. Und die so, ja voll gern, ich bin der Boer und ich bin der Ulfang. Und Sauron und Morgoth so, hehehe. Jetzt gibt es in den Kriegswirren die beiden menschlichen Brüder Hurin und Huor. Wobei der Huor gerade mal 13 und also noch Kindersoldat ist. Sie ziehen in die Schlacht, es läuft nicht gut, sie fliehen vor den Orks im Nebel. Glücklicherweise ist die Adlerrettung gerade in der Nähe und trägt sie nach Gondolin, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist. König Turgon ist echt gastfreundlich und sie bleiben über ein Jahr. Dann sagt der Hurin, hier Chef, du bist echt nett und es ist toll hier, aber wir sind keine Elben. Wir können nicht ewig hier drin warten. Draußen ist Krieg, unsere Freunde sterben, wir wollen kämpfen. Und er so, na gut, ausnahmsweise kommt ihr wieder raus, aber nur wenn die Adler euch wieder raustragen. So passiert es. Wir sagen es auch keinem zu seinen eigenen Leuten, sagt der Turgon. Also, wir greifen noch nicht in diesen Krieg ein. Die finden uns nie. Wir werden das aussitzen. Aber ich schicke insgeheim ein paar Leute, die Schiffe bauen und Hilfe von den Valar im Westen suchen sollen. Die Schiffe kommen aber nie im gelobten Land Valinor an. Und Morgoth ärgert sich immer so ein bisschen und sagt, ich höre immer diese Gerüchte über versteckte Geheimstädte von den Elben. Dieses Nargothrond und die andere, von der ich noch nicht mal weiß, wie sie heißt, findet die gefährlichst. Und er schickt Speer aus. So, die Schlacht dauert schon sieben Jahre. Zeit für eine neue Großoffensive. Jetzt ist Hithlem dran. Hurin, gerade noch in Gondolin, verteidigt jetzt gleich mal einen Pass in seine Heimat. Ja, weil mein Papa hier gefallen ist. Aber die Orks kommen jetzt auch von Norden und es wird echt eng. König Fingon, Nachfolger seines Vaters Fingolfin, sagt, boah, was sollen wir denn jetzt machen? Da kommt glücklicherweise Kirdan mit seinen Schiffen den Fjord von Drengist hoch und seine Leute greifen die Orks in der Flanke an und die so, boah, haut ab. Und sie fliehen. Hithlem ist verteidigt, aber haarscharf. Dankeschön. Ja, sehr gern geschehen. Hurin regiert jetzt die Menschen von Dorlomin und Fingon hier ist mein Chef. Und das, liebe Gemeinde, war vom Verderben Bellerians und Fingolfins Ende von J.R.R. Tolkien. Vielen Dank.